Und Ähnlichkeiten mit zufälligen Personen sind auch nicht beabsichtigt. Du machst mich nervös, merkst du das? Ich höre mir zu und denke, ah, du hast Befehle. Das ist ganz schön. Ich weiß nicht, so die Vorstellung, auf mich kommt ein Mann zu und ich sage so, äh, 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 und er macht so, äh. Ist was Neues. Wie lange machen wir das Spielchen jetzt? Du hast, du musst noch ein bisschen hier so stehenbleiben, ja, okay. Ich werde bekloppt.